Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem Lufthansa, dann aber zum Beispiel auch Twitter und Elon Musk um Covestro, um den Handelsstreit zwischen den USA und China, denn der ist um einiges nochmal aufgebraust worden. Dann geht es um Volkswagen und noch ein paar andere wie NL Asa und auch NKVS, deswegen würde ich sagen fange ich jetzt auch direkt an, und zwar mit der Lufthansa, denn die Lufthansa-Piloten haben einen Streik beschlossen, beziehungsweise natürlich die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat diesen Streik beschlossen. Am 2. September wird es einen ganztägigen Streik geben, also dem Freitag, das betrifft sowohl die Kerngesellschaft Lufthansa als auch Lufthansa Cargo. Die Lufthansa selber ist davon natürlich nicht begeistert, kritisiert das Ganze und fordert eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die Vereinigung Cockpit sagt dagegen, aber man hat jetzt relativ lange Zeit im Prinzip und um die Arbeitskämpfe abzuwenden, muss die Lufthansa einfach ein deutlich besseres Angebot vorlegen. Deswegen ist die Lufthansa übrigens auch unter Druck gekommen. Als nächstes kommen wir wie versprochen mal zu Twitter und auch Elon Musk, denn wer das nicht mitbekommen hat, ganz kurz, Elon Musk wollte Twitter übernehmen, das ist dann alles ein bisschen fehlgeschlagen, jetzt möchte er nicht mehr und deswegen geht es vor Gericht, denn Twitter hat geklagt und jetzt möchte gerne Elon Musk, dass das Ganze verschoben wird. Eigentlich sollte der Prozess am 17. Oktober beginnen, jetzt hat er aber beantragt, dass beide Seiten Zeit haben, bis zum 10. November ihre Fälle vorzuführen. Anders gesagt, er möchte gerne den Prozess um einiges nach hinten verschieben. Daraufhin ist Twitter nochmal wieder etwas unter Druck gekommen. Warum er das Ganze möchte, ist bisher noch nicht bekannt. Man kann natürlich da jetzt wieder groß spekulieren, aber das lasse ich jetzt mal selber sein. Die meisten von euch denken sich wahrscheinlich eh schon ihren Teil dazu. Covestro möchte gerne weiter einsparen. Natürlich liegt das unter anderem oder vor allen Dingen an den hohen Energiekosten, denn die machen Covestro einfach zu schaffen. Immer mehr Gewinn schmilzt dahin und deswegen möchte man einfach schlichtweg Geld woanders einsparen. Er hat selber gesagt, alle Maßnahmen, die auf eine Steigerung der Effizienz abzielen, haben hohe Priorität. Allerdings sind viele Analysten dort eher negativ gegenüber eingestellt. Zum Beispiel hat ein Analyst der Bernberg Bank gesagt, ich glaube, dass Covestro in naher Zukunft nur begrenzte Möglichkeiten zur Kostensenkung hat. Und das sieht nicht nur er so, sondern das sehen mehrere Analysten so. Das heißt also, viele gehen einfach schlichtweg davon aus, dass man diese Kostensenkungsmaßnahmen zwar umsetzen kann vielleicht, aber jetzt nicht kurzfristig. Anders gesagt, Covestro wird wahrscheinlich jetzt einfach schlichtweg unter diesen hohen Gaspreisen weiterhin noch leiden. Und natürlich nicht nur die hohen Gaspreise, sondern selbstverständlich auch die hohen Energiekosten. Kommen wir mal zu Volkswagen, denn they haben ja einen neuen Chef, Oliver Blume, und der hatte ein Interview geführt, relativ interessant. Es geht auch unter anderem natürlich um die Transformation in der Autoindustrie, kommen wir gleich nochmal zu. Aber es geht auch nochmal wieder um die Formel 1 und den Einstieg von Porsche. Er hat nochmal gesagt, natürlich, das mit Audi ist relativ oder ist sicher. Allerdings weiß man aktuell noch nicht, wie das mit Porsche aussieht. Grundsätzlich begrüßt man zwar das neue Reglement, was man dort von der Formel 1 vorgestellt hat. Auf der anderen Seite ist noch nichts final. Das heißt also, man führt zwar Gespräche oder man nicht, in dem Fall halt Porsche, führt Gespräche. Allerdings gibt es noch keine finale Entscheidung. Kommen wir mal zur Transformation. Dort hat er gesagt, es wird einen Plan geben. Zehn-Punkte-Plan wurde ausgearbeitet. Und man möchte gerne ein bisschen natürlich auch hier und da was ändern. Es geht unter anderem in dem Plan um die finanzielle Robustheit von Volkswagen, um die Weiterentwicklung von Produkten, Software, aber zum Beispiel auch um die ganzen Regionen, die auch sehr, sehr gut performen müssen, wie zum Beispiel Nordamerika und auch China. Es geht aber auch um Nachhaltigkeit. Also es geht dort um ein paar Punkte. Das wird auf jeden Fall interessant, was jetzt in der nächsten Zeit rund um Volkswagen passieren wird. Und damit kommen wir auch zum Top-Thema des Tages. Und zwar China und die USA. Denn der Streit geht einfach schlichtweg weiter. Denn wir haben jetzt ja schon immer wieder Hin- und Her-Sanktionen. Und jetzt möchte die USA weiter, ja ich sag mal, China etwas unter Druck bringen. Es geht dort vor allen Dingen um Hochleistungsschips, die beschränkt werden sollen vom Export. Also es gibt, anders gesagt, Beschränkungen für den Export von Hochleistungsschips. Und das betrifft zum Beispiel Nvidia, aber auch AMD. Denn die Begründung ist unter anderem zum Beispiel, dass man nicht möchte, dass diese Hochleistungsschips für KIs benutzt werden, die dann Menschen überwachen auf Kameras und so weiter und so fort. Es geht aber natürlich auch darum, dass man den Gegner, die anderen etwas kleiner hält. In dem Fall natürlich vor allen Dingen China, was jetzt Entwicklung und so weiter angeht. Das betrifft zum Beispiel von Nvidia die Baureihen A100 und H100. Es ist so, dass AMD aber auch betroffen ist. Bei Nvidia gibt es aber genauere Zahlen. Bei AMD gibt es jetzt noch keine ganz so genauen Zahlen. In dem Sinne, was man dort vielleicht jetzt an Verlusten macht. Nvidia ist extrem unter Druck gekommen. Das hat natürlich auch einen Grund. Und zwar hat Nvidia sich dazu schon geäußert. Es gibt eine Mitteilung und von dieser Mitteilung aus geht man davon aus, dass ungefähr 400 Millionen US-Dollar im Quartal fehlen können an Umsatz. Das heißt also, man geht jetzt aktuell davon aus, 400 Millionen US-Dollar Quartalsumsatz kostet diese Exportbeschränkung. Das ist natürlich jetzt doch einiges. Und letztendlich muss man natürlich aufpassen, dass man der eigenen Wirtschaft jetzt nicht mehr schadet als den anderen Wirtschaften. Oder der anderen Wirtschaft jetzt in dem Fall bei China. Joe Biden versucht jetzt ja schon seit längerer Zeit, diese Hightech-Export in andere Länder stärker zu regulieren. Da gibt es natürlich zum Beispiel schon Chip-Design-Software, die nicht exportiert werden kann und so weiter und so fort. Also der Streit artet immer weiter aus. Jetzt leihen mal wieder auch die eigenen Unternehmen. Als nächstes kommen wir mal zu einem Thema, das in Europa ist und auch bleibt. Und zwar um den Euro Stocks 600. Der ist nämlich, ja, im Prinzip so, ja, die 600 großen Unternehmen in Europa. Und da wird wieder etwas gewechselt im September. Es ist so, dass zum Beispiel reinkommen könnten Encavis und auch Nelasa. Davon geht JP Morgan aus. Insgesamt werden wohl 14 Unternehmen ihre Plätze räumen müssen. Davon auch drei Deutsche. Davon geht man zumindest Stand jetzt aus. Das wäre ProSieben Sat.1, Unipa und auch Tag Immobilien. Dafür dann, wie gesagt, ist eine deutsche Unternehmen Encavis wieder mit rein. Es wird also interessant um den Stocks 600. Wenn ihr da investiert seid, könnt ihr da ja gerne mal auch in die Mitteilung gucken. Dann werdet ihr dann Mitte oder in einiger kurzfristiger Zeit, sage ich mal, sehen, welche Unternehmen jetzt raus müssen und welche drinnen bleiben. Kommen wir mal zu Siemens Energy. Und zwar werden die wohl, was die Spekulationen angeht, HelloFresh im DAX ersetzen. Also erste Börsenliege ab September. HelloFresh wird dann wohl abziehen müssen. Und Rheinmetall wird dementsprechend das Nachsehen haben. Es wurde bisher spekuliert, dass entweder Siemens Energy oder Rheinmetall in den DAX kommt. Dafür halt HelloFresh rausgeht. Aktuell sieht es jetzt halt so oder sehr, sehr stark danach aus, dass Siemens Energy in den DAX reinkommt. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Aktien-Schau jetzt mit dem letzten Thema ab und bleiben bei Siemens Energy und Gazprom. Gazprom selber hat gesagt, dass man nicht auf die starken Ströme vom Gas wieder zurückkommen kann. Siemens Energy sagt, sie sind nicht schuld. Sie warten einfach schlichtweg darauf, dass sie Wartung machen können. Gazprom gibt weiterhin natürlich den Sanktionen die Schuld und sagt, das funktioniert so leider nicht. Und Siemens Energy hat sich dazu auch nochmal genauer geäußert und hat gesagt, aktuell gibt es keine Beauftragung für eine Wartung an den Turbinen. Die Techniker stehen allerdings durchgehend bereit und warten eigentlich einfach nur darauf. Deswegen, wie ich gerade schon erwähnt hatte, man gibt letztendlich Gazprom die Schuld, dass auch einfach schlichtweg kein Auftrag reinkommt. Und das da dran liegt und nicht an den Sanktionen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und übrigens, ich hatte es letztens schon erwähnt, wenn ihr euch über Scalable anmeldet oder über unseren Link bei Scalable anmeldet, eher gesagt, dann bekommt ihr auch noch eine Gratis-Aktie und wir bekommen dann auch noch eine kleine Vergütung. Also, wenn ihr Bock habt und Interesse an Scalable habt, könnt ihr euch das gerne ja mal angucken. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.